Ich muss irgendwo noch eine dritte Leiche kommen. Warte. Die hat ein Bein. Die hat zwei Beine. Das hat drei Beine! Hä? Im Ernst? Das passiert nichts. Was soll das denn nichts? So drei Beine haben. Kommt der Mann. Das ist Tentakelviech. Nur mit den Beinen schon abgeschnitten. Der wurde, glaube ich, zweimal gespielt. Also eins. Oben. Zwei. Bitte. Aha. Oh Gott! Ekelig. Oh mein Gott! Habe ich mich auch mal erschreckt? Das ist richtig. Töte nicht das Baby, Alter. Alter! Töte nicht das Baby, Mann! Alter! Ihr ist auf den Arsch! Oh. Was zum Teufel sollen wir uns das sagen? Das heißt, warte, warte, geh mal raus wieder aus dem Bild. Ähm. Oh. Ja. Da rein weiter. Da rein. Das. Ähm. Stern. Ah, da, da war das. Da. Da. Da hättest du ja nicht klicken können, die ganze Zeit. Ja. Aber weißt du was? Immer bei mir kommen die Screamer. Ja. Immer wenn ich gucken muss, weißt du? Jetzt wo du dran bist, kann ich das ruhig so machen. Lalalalalala. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Da. Ja. Also, bitte. Ich bin pro. Ich kann mir das nicht merken. Das ist für mich zu viel. Ich darf einfach immer spielen, aber dafür krieg ich auch die Screamer. Du bist. Click to save. Have fun. Hallo. Ich glaube, was hier passiert, bestimmt so umgekehrte Bärenfalle. Das ist bei Steam, so ein Bild. Das ist das Bild bei Steam. Also, so ein Screenshot aus dem Spiel. Das erinnert mich wegen einem Skeletter, weil das so unrealistisch liegt. Voll realistisch eigentlich, aber voll lang am Armer. Alter, ist das nicht so ein Ding, wo man da früher die Person reingepackt hat und dann die Stacheln, zack. Ja, aber erstmal unten und dann oben. Ne? Erstmal in der Brustkopf, damit man die Schmerzen sehen kann und dann Ende. Das ist immer geteilt hier am Hals. Boah, wie schnell, wie flüssig das einfach nur da fließt. Der ist nur mit dem unteren. Du musst das ziehen. Oh, wie unfair. Du bist richtig. Ich hoffe, also ich gucke gar nicht in den. Jetzt musst du nach rechts, jetzt musst du nach rechts. Ach, du bist aus der Reihe raus. Ich weiß ja noch nicht mal, wo die Hitbox von dem hier ist. Du weißt, woher das zählt, ne? Ja, versuch einfach die ganze Zeit drauf zu bleiben. Na gut, das geht. Ja. Ich muss mir vornehmen, es ist alles ausfällig. Rechtsext. Ne, gar nicht. Lol, da ist ja gar kein... Hä? Vielleicht hättest du einfach mal unten anfangen können. Ne, warum kann man das ja nicht? Jetzt nicht nach rechts, nicht nach rechts. Ne, das geht auch nicht. Nach unten? Ei, ei, vielleicht hier? Ja, aber da geht's nicht weiter, da ist ne, da geht's nicht weiter. Oh, oh, ich weiß es nicht. Ihr habt keine Ahnung. Vielleicht gehen wir nach oben? Nee. Geht auch nicht. Ich will nicht wieder mit in den Nachgucken, bitte schaut was. Du wirst jetzt nicht ver... ... ein bisschen mehr. Okay. Oh, ach, jetzt komm. Du wirst jetzt nach oben gehen müssen. Nun, es geht schnell. Da kannst du fast flüssig rüber, man. Ich schittige. Schwier. Ich schwirre es dir, Mann, du packst daraus. Du bist ein schlapper Schwanz. Du hast einen kleinen Penis. Was? Was? Nach rechts. Rechts? Noch mal rechts. Komm. Jetzt nach unten. Alter, jetzt. Jetzt ist noch rechts. Und geschafft. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Das Skelett wollte auch mal vorreden. Oh, nee. Aber die sehen ein bisschen unrealistisch aus jetzt, ne? Das ist ein Entkommen. Hm, einer hatte Glück. Und da hinten, da ist frei, der Käfig. Ja. Da muss man bestimmt Zelda-Musik spielen. Das ist ein C. Halt die Schnauze. Ich hätte nicht noch mal den anklicken sollen. Schnauze jetzt. Alter. Ich meinte, die machen das extra. Ich weiß es. Ich weiß es. Okay. Ein Sound-mini-Spiel. Okay. Der Bildschirm wird dunkler. Mhm. So ein bisschen. Hahaha. 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 Ja, 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 ja.